Hallo und herzlich willkommen zurück zu Portal Knights! So, ich habe ein bisschen was gecraftet. Das kann weg, das kann weg, das sollte noch nicht weg. Moment, ich habe eine Kupferspitzhacke gebaut. Das heißt, du kannst weg, du kannst weg, weg. Ich habe eine Slingshot gebaut. Die können wir mal hierhin tun. Die kommen dann hierhin, du kommst dahin, du kommst dorthin. Holzschleuder, einfach für Fernkampfangriff. Der Prügel klar für Nahkampf. Ich bin da gerade zum abbauen. Dann noch wieder alles einsortieren hier, da wo es irgendwie irgendwann mal hingehören soll. Das und das und das. Rodden, Essen. Oh, okay. Moment. Kann hier irgendwas weg? Er gehört nicht so ganz hierhin. Das eher das und keine Ahnung. Hier kommt... Oh Gottchen. Das darf auch weg. Inventar. Hier kommen Blöcke hin. Höp, 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 höp. Ja. Und einmal hier noch. Schwuppdi, wuppdi. Okay. Wir können noch sicherlich irgendwas Rüstungsartiges bauen aus dem einen Kupferbarren, den wir noch haben. Schwuppdi, wuppdi. Waldläufer. Waldläufer, genau. Waldläuferkappe, 30 oder die Handschuhe, 15 plus 4 kritische Trefferschance oder plus 30 Leben. Ich will glatt erstmal die 30 Leben nehmen. Ganz genau. So, dann ziehen wir die mal an. Alle, hopp. Jawoll, sehr schön. Und dann können wir hier mal das Zeug reinlegen, das und... Das gehört hier nicht hin. Das Wasser kommt hier hin. Und... Dann ist kein Platz mehr. Sehr gut. Okay, das kommt hier mit rein. So, fertig. Ausschluss. Ende. Okay, wisst ihr Bescheid. Gut, dann wollen wir jetzt mal wieder weiter in die nächste Welt unseren Dungeon unten clearen. Was gibt's hier eigentlich? Kupfererz, Alabasterpilze, Weizenfeld, Orangenschleim, Giftschleim, alles Mögliche. Okay. Reisen wir mal hin und, äh, räumen da mal auf. So. Wo war der Dungeon? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, hier genau in der Höhle drin. Wunderbar. So. Stirb. Ausweg. Äh, ich kann nicht ausweichen. Das gibt's doch nicht. Okay, okay, okay. Knochen und so. Und Erfahrung ganz viel. Das ist immer gut. Kann ich mal treffen? Wie wär's damit? Aha. Schon besser. So, wir nehmen jetzt mal die Kupfer... äh, die Slingshot hier noch mit. Komm. Attack. Aha. Sehr gut. Wernerangriff. Nahkampf. Bam, bam. Ist mir egal. Ich mach dich so oder so. Fertig. Fettes Kriegervieh. Bam. Aha. Läuft bei mir. Okay. Dann, äh, können wir hier noch die Vasen verprügeln. Kommt eigentlich noch was Gutes raus? Ich weiß es gar nicht. Ups. Bam. Steifsteine, genau. Das kommt da raus. Ähm, das ist zwar nicht, aber ist okay. Ähm, gab's ja mehr Türen? Nee, ne? Das ist die einzige Tür. Können das Ding... Ups, das wollte ich nicht. Oh, noch ein Schleifstein. Oh, Erfahrung und Schleifstein. Yeah. Ich steh auf Schleifsteine. Ah! Gott. Eiskalt versteckt die Sau. Unfassbar. Oh, Gott. Meine Fresse. Voll den Herzinfarkt gekriegt. Puh. Ja, ja, ja. Jetzt war ich ja vorbereitet. Warstungseffekt gibt's nur beim ersten Mal, mein Freund. Hier ist das Portal. Man muss sich das Portal freikämpfen. So, so. Interessant, interessant. Okay, ähm. Ich höre es noch flattern. Hm, egal. Okay, erstmal, ähm, natürlich die guten Portalsteine. Wie viel habe ich? Wie viel brauche ich? Ich habe drei. Drei, 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 drei. Vier, fünf, sechs. Okay. Alle, hopp. Alle, hopp. Da biegen, glaube ich. Erstmal noch die blauen. So. Das hätten wir geschafft. Alle, hopp. In die nächste Welt. Grüner, äh, grünen der Forest. Was? War das gerade Englisch? Wir werden es sehen. Ah, grünen der Forst. Okay. Wollte ich gerade sagen. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Okay, nochmal wieder ein Wald. Also so einen Ebenenwald. Oh, hier gibt's schon etwas fettere Häuser. Ja, coole Burg. Darin ist auch Licht sogar. Ich bin gespannt. Ausweichen. Oh Gott. Oh Gott. Hat er mich voll kaputt gehauen. Ich glaube, er hat hackt. Das war ein heftiger Typ. Okay, vielleicht sollte ich dann ein bisschen vorsichtiger sein. So ein bisschen zumindest. Kann ich, ähm, habe ich? Im Rucksack habe ich so wenig. Das ist schon mal gut eigentlich. Okay. War's schon. Kriegen das hin? Wir kriegen das hin. Wunderbar. Der haut ab. Komm schon her. Durch den Busch geht nicht. Arschloch. Jetzt komm da raus. Ah, weg hier. Au. So nicht, mein Freund. Lauf doch. Lauf doch. Ach Gott. Das ist schlimm. Ah, nicht auf den. Bitte. Uh, alles gut. Alles gut. Hä, hä, hä. Äh, mal einen Heiltrank reinschmeißen. Schon besser. So, vor dem können wir eigentlich ausweichen, denke ich. Jetzt bleiben wir mal eben kalt hier. So, jetzt machen wir den dicken fertig. Nur nicht angreifen lassen. Aus dem Weg. Oh Gott. Er geht, er geht. Haha. Geschafft. Läuft. Puh. Der hat gute XP gegeben. Das ist schön. So, davon ist das nächste Portal. Gut zu wissen. Kommen wir jetzt irgendwie hier rein? Da ist der Eingang, glaube ich. Ja. Nope. Soll ich eigentlich nicht, aber ist okay. Ausweichen. Danke. Hat nicht funktioniert. Hey, das ist unfair. Das war langsam mal gut hier. Uh, Level up. Juhu. Okay. Ab ins Menil. Und Level 5 erst, ne? 10. Aha. Okay. Was haben wir denn hier? Erhöht den Abbauschaden um 15%. Nice oder eleganter Abbau. Reduziert den Verlust von Haltbarkeit beim Abbau um 30%. Interessant. Wir werden es uns angucken. Aha. Was haben wir hier? Oh, ein Kamin. Das ist ja hübsch. Hübsches Haus. Hübsches Haus. Ja. Das gefällt mir. Bisschen eng, aber ist okay. Hier so ein Aussichtsturm. Gibt es hier oben Blut vielleicht? First Person gehen. Schon besser. Einmal die Übersicht. Was haben wir denn hier? Wir haben dieses Haus. Wir haben ein paar Ruinen. Wir haben... Oh, wir haben mehrere... Mehrere, ähm... Portale. Das ist interessant. Sehr interessant. Okay, gut. Können wir denn Portal schon bauen? Haben wir denn genug? Nö. Noch nicht. Gelb Portalstein. Wohin führt das wohl? Drei... Okay. Ich hab gelbe Fragmente. Ja, okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So, können wir hier runterhüpfen, bitte? Ja, ne? Okay. Gut zu wissen. So, wir konnten hier... Hier gab's Kupfer. Ähm, wo gibt's denn hier Kupfer, bitte? Da ist Kohle. Da ist Kohle. Schnell lässt das Ding ja irgendwie nicht, aber dafür hält es länger. Da ist noch Kohle. Okay. Sehr schön. Hopp. Okidoki. Ui. Da ist wieder Gesöcks. Oh Gott. Schnell weg hier. Uh, uh. Weg. Weg. Weg, weg. Okay. Okay. Wunderbar, wunderbar. Die haben wir weggekriegt, ohne Probleme. So, äh, Kupfer. Wo kriege ich jetzt hier bitte viel Kupfer her? Da war ein bisschen Kohle. Ist mir jetzt gerade egal. Ich brauche Kupfer. Gibt es denn keine Mine oder sowas in der Art? Hm. Irgendwie nicht. Da ist mein Anfangsportal-Ding. Hm. Hier ist auch nichts drin. Ups. Lass mich raus. Danke. Sehr freundlich. So, ist hier oben was? Hier ist ein Portal. Dann, äh, was nehme ich denn dann mit eigentlich? So als zum Sammeln von, äh, Totalstein. Wie viel können wir machen? Kann ich einen gelben machen? Okay, das ist natürlich ein bisschen blöde. Geht der hier echt nirgendwo runter? Das gibt's doch gar nicht. Okay, wie war's mit ihm? Ich sag da aus dem Weg. Okay. Sehr schön. Das ist das. Jetzt, mach doch. Mein Gott. Wow. Äh. Gib mir die Kohle. Danke. Noch mehr? Ja. Noch mehr. Das war's. Hm. Schnapp mich hier rauf. Okidoki. Ähm. Mehr Viecher verprügeln. Definitiv. Portalsteine. Jawohl. Ähm. Wie viel haben wir? Äh. Wir haben vier. Gut. Brauchen noch zwei. Und eine fette Pflanze. Sehr schön. Läuft, läuft, läuft. Uh. Gelbe Portalsteine. Läuft bei uns. Bam, bam, bam. Uh. Ach, er läuft weg. Gut. Gut für uns. Gut für uns. Okay, hier gibt's immerhin Kupfer als Drop. Ha. Toll. Äh. Ich brauche allerdings mehr Gegner. Ach, hier ist eine Tür. Eine echte Tür. Oh, ist nur ein kleiner Raum. Nehmen wir alles mit. Was ist das? Warum geht das nicht? Aha. Aha. Geht doch. Ja. Wui. Sehr schön. Okay. Ähm. Ein Fragment. Zwei Fragmente. Ne, ein Fragment jeweils. Oh, was ist das? Äh. Rohr glühender. Äh. Grün in der. Das mag nicht glühender. Grün in der. Okay. Mehr Viecher. Wir brauchen mehr Viecher. Definitiv. Mehr Viecher. Ähm. Es ist viel zu ruhig hier. Gibt's auch gar nicht. Und Kupfer gibt's ja auch nicht. Lügerei. Lügerei. Okay. Ich glaube, wir brauchen mal eine andere Welt. Wo es mehr Monster gibt. Zum Beispiel hier. Reisen. So. Bisschen Portalsteine sammeln. Und dann. Der wird zusammensetzen. Purpurwälder. Yay. Hallo. Hier sieht man so wenig. Aber unten ist was. Gut. Hätten wir das. Ähm. Im Dungeon waren, glaube ich, immer wieder neue. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Den mal zu clearn. Nochmal. Höppeldi, höppeldi, höppeldi. Höppeldi. Den zuerst. Ausweichen. Ah. Gut. Aber die lassen keine Portalsteine droppen, die Schweine. Das ist gemein. Komm schon. Ja, geht doch. Au. Okay. Das wird schon. Ziel wechseln. Los. Ausweg. Ausweg. Ausweichen. Oh, falsche Richtung. Okay. Portalsteine. Wie viel brauche ich? Ich brauche noch mehr. Noch ein Fragment. Hier geht's weiter. Okay. Jetzt haben wir sie alle. Herstellen. Gut. Und direkt teleportieren. Hier gibt es zwei Abzweigungen. Einmal nach unten, einmal nach oben. Oh, was ist das? Ein Boss? Ein Boss? Wer weiß. So, wir reisen. In den grünen Foresters. Grün in der Forst. Okay. So, wo ist das Portal? Da drüben. Irgendwo. Hier. Hui. Bäm, 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 bäm. Oh, Anführer. Der Anführer, der Anführer ist wieder da. Nein. Los. Schneller. Ah, das war's. Puh. Sehr gut. Sehr gut. Puh. Da ist noch wieder so ein grün Schnabel. Gott. Alles meins. Sehr schön. So, Portal nochmal. Oh Gott. Aus dem Weg. Gut, es wird langsam, es wird langsam. Yay. Gelbe Portal, Steine. Ich nehme das Portal jetzt zuerst. Allez, hopp. Äh. Komm. Hallo. Ah. Sehr gut. Weiter geht's. Allez, hopp. Granatbucht. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Aha. Kürbisse. Das sind volle Kürbisse, oder? Oder auch nicht. Gut. Verdammt. Ähm, so. Das ist ein ganzer Kürbis. Aha. Oh, was ist das für ein krasser Turm? Oh. Dicke Goblins. Aha. Oh. Aha. Interessant. Ab. Neue Kristalle. Sehr cool. Nehmen wir direkt mal mit, natürlich. Yeah. Aha, aha. Sonst noch was? Karotten. Noch mehr davon. Sehr schön. Ein riesen Kürbis. Hehe. Finde ich irgendwie witzig. So, wie viel gibt denn der zurück? Sonstiges. Ah ja. Okay. Na. So. Okay. Ganz viel Kürbisse. Holz gibt's ja auch. Und Moss. Übers Knie gelegt. Portalstein. Sehr schön. Ähm. Zack. Okay. Hier unten ist, äh. Was bist du denn für ein krasser Block? Ups. Kann ich ihn mitnehmen? Okay. Mana-Trag. Interessant. Oh. Level up. Level 5. Sehr schön. Einmal hier alles, äh, voll machen. Und wir können uns was Neues aussuchen. Was wollen wir denn haben? Äh. Wenige Haltbarkeit verlieren oder, äh, Abbauschaden erhöhen. Ich glaub, ich nehm Abbauschaden. Ich glaub, wir können jederzeit wechseln. Das find ich gut. Das sind neue Steine, oder? Oh, die brauchen ewig. Okay. Lassen wir das. So, hier ist noch was Leuchtendes. Ah, ein Schatz. Nice. Nice. Sehr nice. Ähm, was haben wir gekriegt? Oh, Schuppen. Das ist gut. Oh, Rezept für Kupferne Fäustlinge. Geil. Neues Rezept gelernt. Juhu. Die nehm ich noch mit. Mana-Tränke. Auf jeden Fall. So, wie komm ich hier wieder raus? Äh, gar nicht. Okay. Okay. Ah, ja. So. Was gibt's hier noch zu entdecken? Das ist, ah, das erste gelbe Portal, das wir nutzen müssen. Okay. Sehr interessant. Da ist deutlich gelb. Das heißt, wir müssen gelbe Steine einsetzen. Das können wir eigentlich schon mal tun. Wo wir grad dabei sind. Wo wir grad hier sind, mein ich. Okay. Sehr schön. So, was haben wir hier noch? Bist du? Ne, du bist... Oh Gott, du bist ein fetter Ogre. Kommt mich an dich ran. Haha. Ausgetrickst. Hi. Au. Ich mach' ich auch noch fertig hier. Ganz genau. Und dich mach' ich auch noch fertig. Okay, so nicht. Aber so. Hehe. Trottel. Abhauen bringt dir auch nicht viel, mein Freund. Hinterher. Oh shit. Alles gut. Hauptsache gelbe Fragmente. Oh, und hier sind noch grüne. Ups. Nice. Jihah. Ich mag grüne Edelsteinchen. Denn sie sind grün und sie sind Edelsteine. Es macht bling, bling, bling. Und ich steh' auf bling, bling. Bam. Oh. If first person kann man echt nicht gut kämpfen hier. Hier ist noch irgendwas drin. Hier ist nämlich, ähm... Oder? Ist ja bestimmt irgendwas drin, oder? Können wir die kaputt machen, die Dinger? Vielleicht? Ja, aber drinnen ist hier, glaub' ich, nix. Oder? Ruinensteinblock. Doch, hier ist wohl was. Ja! Oh Gott. Das war unfair. Oh Gottchen, ey. Halber Herzinfarkt hier. Huf. Okay. Alles wird gut. Äh, wo sind wir hier? Sind wir hier? Äh... Kannst du den hier runterschießen? Irgendwie schon. Gab's Mana dran? Okay, ich brauch eigentlich kein Mana. Glaub ich. Ähm... Können wir hier das Ding reparieren? Und das auch einmal... Ey, hopf. So, wo sind wir denn hier? Ups. Mach es fertig. Woh. Den auch. Boom, 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 boom. Läuft. Yeah. Okay. Okay. Gibt's hier... Sachen zurück? Ne. Oh Gott, den kann ich mitnehmen? Loads. Aber... Okay. Interessant. Und hier ging's also runter. Also hier ist quasi der Eingang. Und wo geht's denn hier hin? Nirgendwo. Okay. Aha, aha, aha. Oh. Hier geht's noch tiefer. Ach, herrje. Okay. Interessant. Na. Hallo. Could you please not? Könnt ihr... Hallo. Nein. Ah. Okay. Alles wird gut. Denk ich. Den kann man auch mitnehmen? Lol. Dass man hier nicht alles mitnehmen kann? Ist ja witzig. Kann ich die... Die Kohlepfannen auch mitnehmen? Wäre voll cool. Die da. Kann ich. Läuft. Läuft. Grill. Sehr geil. Bäm, 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 bäm. Kann ich die Tür auch mitnehmen? Au. Das fände ich phänomenal cool. Jawohl. Hahaha. Wie geil. Hier geht's noch tiefer. Alter Vater. Wie tief geht's noch? Huch. Okay. Alles gut. Hui. Leben gibt's hier auch genug. Au. Ich kann bock mich zu bewegen. Bam. Okay, also, äh, Fragmentdinger haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal genug, apropos. Die können wir direkt mal weiterverarbeiten, bevor wir hier uns das Inventar vollmüllen. Mhm, mhm, mhm. Das kommt hier hin. Wow, ja, wir haben schon gute Sachen dabei. Ist noch ein Portal. Gut zu wissen. Das kriegen wir auch so. Sehr gut. Von hinten gibt's sogar noch mehr Schaden. Das ist auch gut. Zu wissen. Was kommt noch her? Der versteckt sich immer. Was ist mit dem? Aha. Au. Kein Thema. Wir halten so viel aus. Das ist alles nicht schlimm. Ähm, so. Hier haben wir also ein neues Portal. Äh, ich hab jetzt allerdings nicht genug, äh, blaue Fragmente. Deswegen. Egal. Okay. Können wir nochmal hier so Kohlegrilldinger mitnehmen. Okay. Für Deko, für zu Hause. So Gartenbeleuchtung ist bestimmt richtig geil. Sehr gut. So. Was gibt's denn hier eigentlich zu besorgen? Äh, Kupfer, hoher Grüne, Smaragd. Okay. Also nichts, äh, sehr Spezielles. Also kein Eisen oder was auch mal das nächste Tier, Erz, war. Wir könnten trotzdem mal weiter, weiter gucken hier. Ein bisschen weiter verprügeln. Au. Sehr gut. Mehr Gelb kann nämlich auch nicht schaden. Und mehr Level sowieso nicht. Sehr gut. Jawohl. Wir sind gleich Level Up again. Hier, glaube ich, geht's in den Void. Da würde ich jetzt nicht unbedingt runterjumpen wollen. Aber hier geht's erstmal nicht weiter. Okay. Aber cool, dass die Dungeons so riesig werden, hätte ich nicht gedacht. Also riesig im Sinne von schon sehr groß. Upsa. Okay, gehen wir mal wieder ein Stückchen hoch. Oben war, glaube ich, auch eine Abzeigung gewesen. Galerich zumindest. So. Sehr, sehr cool. Jetzt auch Sachen zu holen. Regen müssen wir nicht. Das haben wir alles voll. Okay. So, was haben wir hier noch? Hier geht's nochmal ganz weit nach oben. Von da komme ich ja. Oder ist hier schon wieder ganz oben? Nee, hier ist, glaube ich, ganz oben. Aha. Oh, ja. Okay. I see, I see. Gut, dann würde ich sagen, wir treten mal das erste Gelbe. Wobei, hier ist noch was zu holen. So ein Anführer und sein... Oh. Aus dem Weg. Sehr gut. So. Oh, yeah. Level up. Stufenaufstieg. Woohoo. Und Kazam plus 3. Was gibt als nächstes? Kündliches Wissen. Hört die von besiegten Gegnern erhalten Erfahrungspunkt um 30%. Dann regeniert 5% Leben, nachdem ein Gegner besiegt wurde. Gibt da schon einiges. Können wir den noch besiegen? Den fiesen Fettsack? Gält ja gar nichts aus. Der blockt. Sehr schön. Oh, yeah. Gut. Crafting. Crafting. Yeah. Dann können wir mal das Portal fertigstellen, das sich wo auch immer befindet. Oh, Kupfer. Kupfer ist gut. Wir brauchen viel Kupfer. Ähm. Wo war das Portal? Äh. Hier irgendwo? Äh. Wo ist es denn jetzt hin? Ist doch ganz schön eine große Insel irgendwie. Ich glaube, irgendwo da in der Nähe. Ähm. Ah ja, da. Sehr gut. Portalstein. Ui. Dann können wir erstmal wieder nach Hause gehen und uns um uns kümmern. So. Lass wir nicht wissen, was hier hinterliegt. An gelben Portalwelt. Wurmgrube. Okay. Das klingt schon mal sehr aufregend. Stufe 10. Oh shit. Das ist ja eine Voidwelt. OMG. Oh mein Gott. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige. Ach du holy fadda. Junge, Junge. Das ähm. Ja. Ah, das ist die Bosswelt. Interessant. Level 10. So weit sind wir noch nicht. Ab nach Hause. Und zwar ganz schnell. Haha. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich würde sagen, ich gehe noch ein bisschen farben. Dann gucken wir mal, dass wir bessere Waffen für mich zusammenkriegen. Und Rüstung. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, hast ein Däumchen da. Und bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. btra